Also, Verzeihung, ich will wirklich nicht ungeduldig sein, aber können wir dann langsam beginnen? Liebe Frau Dorek, lieber Herr Dorek, Sie haben also gemeinsam beschlossen, bei mir in Paarberatung zu gehen. Sie ist sehr temperamentvoll, also sie ist sehr schnell auf 180. Nur bei dir. Er kann komplexe Dinge auf einen ganz simplen Nenner bringen, auf seinen. Frieden. Frieden. Sie müssen wissen, wir hatten heute beim Frühstück leider einen... Heftigen... Kleinen... Streit. ...desput. Und nun stellen Sie sich bitte vor, ein Wunder ist geschehen und Ihre gemeinsamen Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Entschuldigung, ist das die trockene Luft hier? Die trockene Luft. Mir ist sogar eine positive Eigenschaft meines Mannes eingefallen. Ja? Weil das habe ich leider wieder vergessen. Solche Übungen kann man nur mit Menschen machen, mit denen man solche Übungen auch machen kann. Nicht mit meiner Frau. Meine Frau ist eine Frau. Ich kann ja wohl nicht arbeiten, aber nicht einsacken. Wahnsinn! Warum tränen uns das sich eigentlich nicht? Auf diese Idee kommen wir durchaus von selbst. Und gar nicht so selten. Ich bin nicht unfehlbar, das weißt du ganz genau. Ja, ganz genau, das weiß ich, aber du weißt es nicht. Tja heißt bei ihm Ja, aber ich übernehme keine Verantwortung. Tja ist quasi seine Lebensphilosophie. Frau Dorek, diese Faust symbolisiert Ihr Herz. Also was ist los mit Ihnen? Meine Frau hat mich verlassen. Na, da sind wir genau an den Richtigen geraten. Ja, da sind wir ja.